Wichtig ist, dass dieser Arm besonders lang wirkt. Herzlich willkommen bei D18, Foto Nummer 14. Heute mal nicht allein, das ist der Leif. Leif, sag mal wer du bist. Leif, neu geboren ist mein Name, von der Werkstatt für Überzeugungsarbeit. Leif ist neben dem, was er jetzt gerade macht, mit der Kamera am langen Arm zu halten, den Oberarmmuskel zu trainieren, was übrigens nicht so ganz ohne ist, ist er auch Fotograf. Das macht das Ding, das dreht so, komisch, ne? Ja, das ist so ein kleines bisschen verwirbelt, wenn ich fast sage. So richtig scharf wird das auch. Autopop ist das für Weicheier, das machen wir so Leute so wie hier. Also wenn ihr die Idee habt, wie wir es hinkriegen, dass... Und sonst bleibt eigentlich nur noch der Hinweis, find mich bei Facebook unter D18, Foto, auf meiner Homepage www.d18-foto.com, sag mal Kollegen, wo finden wir dich nochmal. Website, Werkstatt-überzeugungsarbeit.de und Snapchat, Moment, Snapchat ganz geil, live.live. Na 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 na.